Ja, ich grüße euch, meine Lieben, zu einem neuen Video von iApple4U. In diesem Video möchte ich euch eine richtig coole und auch neue Studio App zeigen und die nennt sich Fast Lock. Der ganze Fact App ist, indem ihr einen Doppelklick auf den Home Button macht, kommt hier so ein kleines Menü, in dem ihr iOS 5 Integration öffnen könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Nachricht schreiben, einen Tweet senden, eine E-Mail schreiben, einen Kontakt hinzufügen, eine Notiz hinzufügen, einen Alarm oder einen Timer setzen und ein Foto machen. Das mit dem Foto finde ich ein bisschen überflüssig. Wir haben ja hier den Kamera Button, aber ist ja eigentlich auch egal. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Add to Contact gehen, öffnet sich so ein kleines Menü, wo wir einen Kontakt hinzufügen können. Wenn ich jetzt hier Send a Message mache, öffnet sich iMessage und ich kann jetzt hier direkt eine Nachricht schreiben. Das Ganze finde ich wirklich praktisch. Leider ist der Nachteil daran, man kann keine eigenen Funktionen hinzufügen. Das heißt, man kann nur diese Standard-iOS-Funktion benutzen. Aber das finde ich, ist nicht schlimm. Wenn euch die App auch gefällt, schaut mal bei Studio vorbei. Die App kostet nur 99 Cent. Und damit verabschiede ich mich auch schon für dieses Video. Ein kurzes Review über die App. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Studio App Review von mir. Ciao Leute!